Alle haben die gleichen Bedürfnisse. Jeder möchte ein bisschen mehr zur Ruhe kommen, jeder möchte ein bisschen mehr Klarheit, jeder möchte ein bisschen weniger Stress, jeder. Man meditiert, um überhaupt ein menschenwürdiges Leben zu haben, zu erleben, was ist Menschsein eigentlich. Wir können ohne Zweifel feststellen, dass die Ausübung dieses Sitzens eine unmittelbare Wirkung hat. Sie leben selber, anstatt gelebt zu werden. Und Sie haben das Gefühl, Sie können aussteigen aus dem ganzen Trubel, aus dem Hamsterrad des Lebens. Und das ist die Wohltat. Von dem Begriff Achtsamkeit und Bewusstwerdung, ich kann mir davon eine Vorstellung machen. Aber ich weiß es nicht, ob sie das trifft, was damit gemeint ist. In der persönlichen Entwicklung möchte ich einfach ausgeglichener werden. Das fehlt mir ganz arg. Viele Menschen schlafen ihr ganzes Leben und wachen erst auf, wenn sie sterben. Und das sitzt erst mal. Ich glaube, ich lebe bewusster, weil ich weiß, dass das Leben so schnell aufhören kann. Die sind eigentlich an die Grenzen der Luxuswelt gestoßen und haben gemerkt, dass es über Ruhm, Erfolg, Geld, äußere Dinge nicht geht. Also die wenden sich jetzt der inneren Erfahrung zu, in der Hoffnung, dass es da eine Dimension von Erfüllung gibt, die sie in der äußeren Welt nicht finden. Es ist so gegen unsere Gewohnheit, was wir hier tun. Es ist ein gegen den Stromschwimmen. Und dazu kommt, dass wir in einer Gesellschaft leben, die extremer denn je und raffinierter denn je uns sagt, welche Dinge uns wirklich glücklich machen. Und das sind zum großen Teil genau die Falschen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017